Heidi Klum zählt keine Kalorien. Auch nach ihrer Karriere als erfolgreiches Topmodel hat die vierfache Mutter eine Wahnsinnsfigur. Auf ihren Körper ist die 50-Jährige mächtig stolz und wird oft für ihre sexy Outfits gelobt. Doch jetzt behauptet die amerikanische Presse, dass sie für ihren Buddy auf eine strikte Diät setzt. Heidi wehrt sich gegen die Gerüchte und spricht nun Klartext. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste. Sie betont, dass dies absoluter Schwachsinn ist. Außerdem appelliert die GNTM-Jurorin an ihre Fans, Glaubt nicht alles, was ihr lest, ich zähle meine Kalorien nicht. Heidi scheint mit anderen Mitteln an ihrer Fitness zu arbeiten. Doch mit einer Diät hat das Ganze absolut gar nichts zu tun.